Musik Tipptoy macht Spielfiguren lebendig. Der schlaue Stift vermittelt spannendes Wissen. Pferde sind Pflanzenfresser. Sie lieben Heu und Hafer. Spielt lebensechte Geräusche. Erzählt abenteuerliche Geschichten. Stute, Silvia und Hof und Kasper sind richtig gute Freunde. Jeden Morgen läuft Kasper als erstes zu ihr. Oder gibt knifflige Rätsel auf. Wann nehmen Elefanten ein Bad? Wenn sie schmutzig sind oder wenn ihnen heiß ist. Ja, super! Das war richtig. Die Themenwelten laden zum kreativen Rollenspiel ein und vermitteln spannendes Wissen. Alle Figuren sind einzeln erhältlich. Tipptoy Spielfiguren. Interaktiver Spielspaß für Kinder ab vier Jahren.